Was ist das Wort Putsch? Sie haben ja einige Bücher, darunter auch Bestseller, geschrieben, die sich mit organisierter Kriminalität beschäftigen. In diesem Fall geht es um das Zusammenspiel zwischen wirtschaftskriminellen Handlungen und Politik. Ist das Wort Putsch nicht vielleicht etwas zu hoch gegriffen? Nein, das Wort Putsch ist deswegen nicht zu hoch gegriffen, weil es in der Tat ein Putsch ist. Ein Putsch gegen den demokratischen Sozialstaat, ein Putsch gegen die europäische Verfassung, es ist ein Putsch gegen die europäische Sozialkarte, die betrieben worden ist von einer kleinen Elite. Es ist ein stiller Putsch, so heißt ja auch das Buch. Ein stiller Putsch, nicht ein Putsch, wo Blut fließt, wo die Soldeska irgendwo dann die Parlamente stürmt. Das ist gar nicht mehr notwendig, das hat die Troika gemacht. Das haben bestimmte interessierte Kapitalgruppen gemacht, über die hier ja in Deutschland tonlichst geschwiegen wird. Und das wurde mitorganisiert und mitinitiiert von sogenannten kleinen Elite-Clubs. Diese Elite-Clubs sind nicht institutionalisierte Organe, sondern das sind informelle Zusammentreffen von ganz bestimmten politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsträgern, die sich alle dadurch auszeichnen, dass sie Vertreter des neoliberalen Systems sind. Und die im Grunde genommen mit dem, was an sozialen und demokratischen Errungenschaften in Europa in den letzten Jahren erreicht worden ist, nicht zufrieden sind. Sie wollen ihre Machtsicherung und sie wollen ihre Privilegien sichern. Und weil sie das erfolgreich gemacht haben, ist es ein stiller Putsch. Und ich habe verschiedenste Ökonomen, Gewerkschaftsführer gefragt, ob ich da nicht übertreibe mit der stille Putsch. Und die haben alle gesagt, beispielsweise Uli Sigarido vom Europäischen Gewerkschaftsbund in Brüssel, nein, das ist in der Tat ein stiller Putsch, weil es eine ideologische Revolution ist. Eine Kontrerevolution. Eine Kontrerevolution, ja. Kontrerevolution, in dem eben die demokratische Partizipation vollkommen ausgeblieben ist, sondern das war eine kleine Machtelite, die das durchgesetzt hat und zwar erfolgreich durchgesetzt hat. Wie darf man sich das, also wie heißen die und wie darf man sich das ab dem Ablauf vorstellen? Ja, die heißen, also auf die ich eingehe, das ist der Entrepreneur Roundtable in der Schweiz und in Deutsch. Das ist der European Roundtable of Industrials. Das ist der European Roundtable for Finance Industry. Das ist einerseits, wo nur Banker drin sind in Brüssel, beziehungsweise nur hochkarätige Unternehmer. Und in der Schweiz und in Deutschland sind es hochkarätige Unternehmer. Voraussetzung ist, dass sie einen Jahresumsatz von 650 Millionen Euro haben. Es sind Medienvertreter, es sind die Vertreter der Finanzindustrie, die sich relativ regelmäßig sechs bis sieben Mal an unterschiedlichen Orten treffen und ganz zwanglos treffen und dann darüber diskutieren, wie ihre Interessen in der Politik wahrgenommen werden können. Wenn man überlegt, dass auch große Medienvertreter dabei sind. Namen? Naja, Springer-Konzern Dickmann gehört dazu, von Seite 1 die Vorstandsvorsitzenden gehören dazu. Das sind alles so jungdynamische Unternehmer. Und die hat mir ein Informant erzählt, bei einem Banker, wo drohte, dass sozusagen Medienöffentlichkeit hergestellt wird, hat man sich halt getroffen mit einem Repräsentanten der Medien und hat gesagt, schreib mal lieber nicht darüber und so genau ist es geschehen. Also das geht alles sehr informell, da wird nichts niedergeschrieben, sondern da ist sozusagen der Glas Whisky oder das Glas Wein oder was auch immer viel wichtiger als ein Stenogramm. Krawattenzwang? Kein Krawattenzwang, keine Frauen-Mitgliederliste ist geheim. Die Treffen sind alle geheim und ich hätte das ja nie erfahren, wenn es nicht Informanten gegeben hätte, direkt aus dem inneren Kreis dieses Entrepreneur-Round-Table, die mir darüber berichtet hat. Ich muss dann eine Verschwiegenheitsverpflichtung unterschreiben, wenn ich die durchbreche. Okay, da müsste ich 50.000 Euro zahlen und so weiter. Also die haben sich schon abgesichert. Aber ich habe die Betreffenden oder einen Großteil der Betroffenen ja angeschrieben, habe gefragt, naja, warum seid ihr denn da? Und es hat keiner geantwortet, was er schon für sich spricht. Der Einzige, der geantwortet hat, war Herr Plessing, der Vorstandsvorsitzende der Commerzbank. Der hat erst seine Presse-Stelle gesagt, ja, wir geben Auskunft. Und nach ein paar Tagen kam dann eine kurze E-Mail, nein, wir werden dazu keine Stellungnahme abgeben. Das spricht ja auch schon ein bisschen für sich. Warum sind sie so verschwiegen? Warum, wenn es so ein harmloser Verein ist, wo, was weiß ich, junge dynamische Unternehmer halt ihre Freizeit verbringen wollen, und warum ist das alles so geheim? Und wenn man überlegt, wer die Initiatoren sind, die Initiatoren sind Leute ausschließlich aus der Finanzindustrie. Das sind von Goldman Sachs, McKinsey und große Anwaltskanzleien. Als Sie gegen russische Oligarchen und Mafiosi geschrieben haben, war ja auch zumindestens vorübergehend Ihre Gesundheit nicht ganz außerhalb der Gefahr. Wie dürfte man sich jetzt eine Gegenwehr vorstellen? Weil wenn diese Leute zusammenkommen, dann reden sie ja nicht nur darüber, wie bekennen wir uns möglichst zu Kapitalismus und Marktwirtschaft, sondern wie machen wir möglichst solche Leute nieder, die uns kritisieren und angreifen. Das ist ja heute eigentlich der Hauptsport. Auf was haben Sie sich da eingerichtet? Ich habe mich auch darauf eingerichtet, dass Prozesse kommen werden, dass Unterlassungsverleumdungsklagen, was auch immer kommen wird. Schmerzensgeld? Die sind immer verbunden inzwischen mit Schmerzensgeld. Aber bisher ist glücklicherweise nichts gekommen. Ich muss nicht um mein Leben fürchten, wie in anderen Ländern, sondern hier macht man die Leute tot durch Prozesse. Und ich befürchte ein bisschen, ich weiß es nicht, indem die Medien einfach über das Buch schweigen. Also wäre das beispielsweise nicht in so einem Umfang über die sozialen Medien gelaufen, das Buch, hätte es nicht diesen Erfolg, den es heute hat. Also das ist schon im Grunde genommen relativ seltsam, wie man auf Bücher reagiert oder auch nicht mehr reagiert. Und was die Hintergründe sind, ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, es hängt einfach, das ist halt ein generelles Problem. Auch die Journalisten haben keine Zeit mehr, Bücher zu lesen und sich dann damit zu beschäftigen. Wobei ich ja immer davon ausgehe, deswegen schreibe ich ja Bücher, einerseits um die Öffentlichkeit zu informieren, andererseits, dass die Journalisten die Themen aufgreifen, die ich behandle. Also es wäre doch mal interessant aufzugreifen, was ist die Geschichte von Mario Draghi? Was hat er für eine Vergangenheit, was hat er in Italien und der Berlusconi alles mitgemacht, mitgetragen? Was ist mit Herrn Barroso beispielsweise, mit seiner Geschichte in Portugal, mitverantwortlich für die hohe Korruption, die dann auch zu dieser sogenannten Schuldenkrise geführt hat? Das zeige ich ein bisschen auf und hatte eigentlich gehofft, na jetzt greifen die Journalisten das auf und thematisieren dieses, aber überhaupt nichts absolutes Schweigen. Kann nur Erfolg wünschen, Durchhaltevermögen wünschen und das Buch vielleicht nochmal von Ihnen selbst beworben heißt. Bei welchem Verlag? Das ist im Heine Verlag erschienen, das hat 320 Seiten mit Namensregister, also es ist ja nicht so, dass man einfach was schreibt. Quellenverzeichnen ist sehr ausführlich, also man kann alles nachprüfen, was ich geschrieben habe und dann kann man es unter Umständen auch anzweifeln, weil man sagt, die Quellen sind unseriös, aber ich habe nun wirklich nur hochrangige Ökonomen, Gewerkschafter, Wissenschaftler mich damit beschäftigt und ich habe mich natürlich damit beschäftigt, was ich glaube ich auch wichtig sind, was hier so untergeht, was sind denn die Konsequenzen gewesen dieses stillen Putsches. Beim blutigen Putsch weiß man, da gibt es Tote, da berichten dann die Medien darüber, weil ein bisschen, weil Blut zu sehen ist oder die Soldaten, wie sie mit ihren Maschinenpistolen ein Parlament stürmen. Hier sind mehrere tausend Tote, dadurch, dass die Krankheitsversorgung nicht mehr funktioniert, dass die hohe Selbstmordrate, die, und wir reden jetzt gar nicht von sozusagen dem humanitären Prozess, wie viel 20.000 am Mittelmeer, die flüchten wollen, die am Schwarzen Meer, eine ähnlich hohe Zahl, über die niemand redet, das hängt alles mit dem Ideal-Europa zusammen, das dann aber in Wirklichkeit so ideal leider überhaupt noch nicht ist. Besten Dank.